Was ist mit dem Kuchen für die Sorte? Halschanner Appen lernt man auch die ganze Nacht. Dort macht man das am Morgen anders. Dort äh, äh, esst man Zwiebelenkuchen. Und... Wo ist der Dinnen? Ja, ja, es... Dinnen, das ist ein Sorte Kuchen. von dünnem Teig und mit Zibilis, weil man geglaubt hat, dass wenn man Zibilis am Morgen isst, schlauft man weniger ein. Und in den Socken haben Sie aufgehängte Zwiebeln wieder aufgehängt? Nein, im Socken haben Sie, und das war Elsass. Im Elsass haben sie eine lustige Bimikette, am Siggis haben sie in der Socken aufgehängt, eine Zwiebeln mit eingesteckten Federn von Hühnern. Und warum? Weil sie gesagt haben in der Socken, Bezelke na fecha tastireini.